Und weiter geht's bei Let's Play Mad Max. Jetzt sind wir langsam so weit, dass es dem Top Dog an den Kragen gehen könnte. Das Crabs sind wir schon ziemlich weit. Ja, dann wollen wir mal sehen, was da noch so alles auf uns zukommt. Beziehungsweise wie dieser Top Dog dann da ausschauen wird. Oh, jetzt sind wir schon langsam oben. Die Müllsäcke und so ein Zeug, ja. Ah, da können wir nochmal Wasser auffüllen. Machen wir das doch glatt. Und halbwegs voll ist einer. Ja, bis halbwegs voll. So, volles Life und eine volle Trinkflasche. Oh ja, das schaut nach einer Arena aus. Na denn? So, you killed you, why here? Just so, I can pleasure myself with your twitching corpse. Oh ja. boah 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 okay los den Scheiß doch mal bitte ah boah alter Schwede ihr geben sicher das vor der Programm hmm Benzinkanister einfach auf ihn schmeißen, das wär schön die Frage ist ob sich das schon spielen wird was verpackt was bist du mit drei shotgun shells die interessierte nicht ok ok die 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 man kommt jetzt schon bieten schon meine güte aber wir haben schon fast geklappt also diese kleinen typen am anfang muss ich irgendwie wegkriegen so dass sie meinen dass ich in diesen rage modus komme dann bloß ihn einfach nieder das ist meine taktik jetzt habe ich ihn ja schon fast geklappt mit drei shotgun shells der griffa alles klar der appiert gut zu wissen kann man nämlich immer zählen ja ja habe ich getan eine gute Okay da kommst du da hin ei 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 und das jetzt scheiben so schauen wir das mal aufgehauen weiter entspannen mit recken was will er denn das interessiert nicht und um 30, no? da kommt jajaja jajaja was zum na komm und finisher wumm au boah hey den haben wir erlegt oh ja da sind wir noch dran top talk erlegt und der body color auf 2 oh schön so ja der war so das war cooler boss ja aus welchen drauf nebeln aus welchen drauf nebeln es passt guter boss kampf klar wenn das schwer war der war definitiv auf auf das ist ja geschaft worden von mir das ist ein bett gewesen dann da getan hm so da haben wir oh schon rotos ins das ist das ist jetzt auch kaputt ist jetzt auch kaputt das ist jetzt auch kaputt Oh, Rotate. Sorry to say, he's never gonna be no race driver, if racing doesn't include killing any ice tenners. So, und jetzt haben wir das Ding noch für 100%. Oh, ja. Am Top-Talk haben wir erledigt. Oh, es ist schon lässig da. Schauen wir mal, da steht irgendwas dabei oder so. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Lecker. Lecker, lecker. Ere zwei. Eine Rattenfarm. Markkul. Wenn all the snow and ice melted, always during the Great Thorn, water was abundant. A few months later, it receded to nothing. Water is so scared now. So much water. Then it was gone. Only blood and oil now. Ja. Tja. Fishings objective, ja. Gut. Oh, ja. Body color, haben sie gesagt, die ist available. 900, das haben wir abholzern. So. Body color. Oh, Marianna. Uff. Was? This paint is just for race, right? Saint? Say it is. Haha. Haha. So. Genauso wie er es gesagt hat, ja. Ist schön. So. Bringt er die Karre drauf? Da ist ja exakt bezweifelt. Ähm. Lass uns einmal dahin beamen und dann schauen wir mal was diese Mission da ist. Immerhin haben wir das jetzt schon auf 2 runtergebracht. Damit haben wir die stärkere Apo, ne? So. Wir wollen dahin ein. los geht's top talk cooler kampf on 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 Der Leed-Truck ist ein großartiges Artefakt auf der Karte. Das würde uns gut helfen, um so eine mysteriöse Kraft zu gewinnen. Sieg, ich habe so eine Böse in meinen Augen. 811 von 900 So, das Nachschub von Schauen, was es damit auch sich hat, ja? Schauen, was es damit auch sich hat, ja? Schaut da zumindest schon mal einladend aus. Oh, da ist eine Leidigte. Fast. So normal. Roll. Brüssel are the slave traders of the wasteland. Must specialize. Mhm. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, was wir da so finden werden. Ja gut, dann bin ich. Wir haben geklagt. Ich war hockt. Nice. Was ist das? Was ist das? Sollte reichen... 6 Cans of Food! Flavor of the month! Das war ein wunderschöner Anfang für den Kampf, um entspanntes Kiefer zu brechen. Das ging schnell. Jetzt einmal weiter runter. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Sollte reichen. Nein! Alles abluten. Ein bisschen Wasser abholen. Ah, schaut doch gut aus. Wir freuen wir den nochmal. Ich werde dich aus hier. Du bist ihn oder nicht? Ja. Ja, ich bin. Verrückt, dass du die beiden, die mich lieben. Sie nennen mich Blaskap. Heil von der Bullard Farm. Hm. Geh dich zu Jeet's Lighthouse. Sie warten für dich. Righto. Ich gehe jetzt. Komm. Der hat da immerhin ... ... ein Dings verloren. Okay, gut. Soweit so toll. Oh, was ist das sonst noch dazu gibt? Scrap fehlt mir noch dreimal. Scrap fehlt mir noch zweimal. Tür. Mann, wenn der von der Bullard Farm kommt. It's a me! So, jetzt ist immer Frieden da. So, jetzt ist immer Frieden da. Geht doch. Oh, 900. Das bedeutet ... Das bedeutet ... Das bedeutet ... Vierer hat ohne ... Oh ja. Was brauchen wir dafür? Auf Anz. Und das Ding dann ... ... ... ... ... ... ... ... Damit machen wir sie dann alle fertig. Warum sollen all diese Kletterstellen immer so behindert markiert in Spielen, wenn sagen wir, sind die Leute so blind oder was soll das? Was für ein brillantes Timing Oh ja, das machen wir doch gerne Oh ja, das Blast hat mir gedacht, dass wir wirklich eine Pauwärmung haben. Wir werden die Great White regeln. Wir wissen, wie wir das Pauwärmung haben, aber wir haben keine Pauwärmung. Ich habe Kohl, aber Sulfur? Wir müssen eine Recon ein Grund für das. Und dann etwas, das wir nicht machen können. Salty Peat. Wir müssen die Pauwärmung. Wir müssen die Pauwärmung finden. Wir müssen die Pauwärmung finden. Nein, ich bringe dir den Pauwärmung. Aber du holst mir Emma. Das ist das Problem. Immerhin. Wann ist es Oh, fair enough. So... Skurvey. On all scavenging locations with the... This is like a Lager, right? But good. We have another one in there. Oh, I'm just lucky that there was no Convoy in there. I'm standing. He's like a plastic. Yeah. If it's like this... Wait. Now we can actually do this. No, no, no. Let's go over here. We have more resources. We should use more. so was aber da ist der kleine sniper dann nehmen wir doch gleich am weg mit ah bis zum nächsten teil leute servus